ich grüße euch freunde willkommen zurück bei avatar und dieses mal geht es um knochen also die knochen nicht ungefähr jetzt hier für den weiß muss weil sanator oder die anderen drei hier es geht um die knochen die man finden kann nämlich versteigerte knochen dichter knochen und holer knochen natürlich hier für diese drei die fundorte und natürlich der ausgezeichneten seltenheit und was wir vielleicht beachten müsste dabei seht ihr in diesem video dann fangen wir auch gleich an wir gehen wahrscheinlich wieder von hier oben los und enden beim holen knochen als erstes natürlich der versteinerte knochen beste qualität ist am tag morgendämmerung haben wir es ist jetzt tag wir reisen am besten in die höhen prärie hier hinten in den steinernen feste hier bei der großen säulen station da gehen wir einfach hier hinten so an diese ecke hier renn hier sind wir ihr seht ihr schon dass hier überall was rum liegt und wir suchen sowas nämlich blitzgras und dann haben wir nämlich daneben die versteinerten knochen die wir uns dann nehmen können hier müssen wir auf halb den analog stick drücken und dann bekommen wir ein ausgezeichnetes material wir müssen immer nach dem blitzgras ausschau halten weil hier ist blitzgras daneben liegt es meistens und zack tadellos und am tag natürlich hier das wäre am besten gewesen aber hier kann man nichts abreißen hier ist es natürlich auch gefährlich wenn wir hier bei den dingern sind aber wir haben schon mal zwei knochen jetzt geht es um den dichter knochen und dichter knochen jedenfalls hier müssen wir bestand qualität tag aufpassen verhangenen weit hier runter in die wiegen kiefern hier haben wir nämlich ein hänge kiefer biome am besten reist ihr nach schatten kiefern und ihr fliegt hier bis zum fluss ungefähr am ende des wasserfalls hier oben hier ist der wasserfall also die wasserfälle sagen wir mal so und hier befindet sich eine höhle hier müssen wir rein müssen natürlich ein bisschen klettern ist ja klar okay diesmal geht es hier nicht lang hier haben wir natürlich auch die pelze und natürlich dichten knochen nach unten drücken den kontroller den kontroller sag ich schon die den analog stick einfach wirklich nach unten auf halb zack haben wir schon haben wir zwei dichte knochen gefunden jetzt geht es um den hohlen knochen natürlich beste qualität am tag dazu müssen wir in die höhen prärie nämlich hier in einer zerschmetterten brücke reist am besten zu steinherde hierher und ein stückchen weiter hier oben in diesem kleinen gebiet hier oder in mitte dieser insel finden wir eigentlich schon genug ja knochen hier oben haben wir schon mal einen hohlen knochen hier haben wir einen hohlen der ist sogar legendär ausgezeichneter hohlen knochen hier wieder nach unten drücken den analog stick und haben ein ausgezeichnetes material und haben ein ausgezeichnetes material den haben wir auch noch ein den holen wir uns auch noch gleich so haben wir so haben wir wir suchen mich auch auf instagram und twitch spiel links findet ihr in der beschreibung